ja heute am letzten tag natürlich ist es fast windstill und natürlich ist es auch noch mal deutlich wärmer das ist ja immer so ne also wenn ihr abreißt habt ihr eigentlich den ganzen tag naja gut okay aber ich kann ich kann mich nicht beschweren also ich bin sehr zufrieden ich hatte hier eine richtig geile zeit auf jeden fall und ja vielleicht das nächste mal dass ich da eventuell dann ein zwei wochen später dann halt fahre dann ist es noch ein bisschen wärmer dann kann man auch mal die kurze hose anziehen und dann ist es auch abends nicht so kühl und vielleicht auch nicht so windig aber wie gesagt war eine richtig geile zeit hier ich bin sehr zufrieden und ja ich werde jetzt wie gesagt noch ein bisschen bummeln gehen und dann gleich zurück zum check-out das finde ich ja mal richtig cool die young palmer schöner blick auf die start- und landebahn und dabei relaxen so 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 Untertitelung. BR 2018 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 Ready when you disembark. Thank you for your cooperation. Get a groovy, careful landing. Let's go. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020